Ich bin Bernhard Grieme, ich arbeite hier in Osnabrück als Energieberater und ich bringe Unternehmen in Fragen der Energieversorgung und der Energiewende voran. In den letzten Monaten habe ich insbesondere vermisst, dass man mit den Akteuren nicht gemeinsam am Tisch sitzen kann und dann face to face gute, interessante, spannende Ideen auf einem weißen Blatt Papier voranbringen kann. Osnabrück habe ich schon während meiner Studienzeit sehr schätzen gelernt und habe mich auch danach dann ganz klar hier positioniert, um hier mein privates und berufliches Leben fortführen zu wollen. Besonders schätze ich auch die Größe. Man kennt schon einige Leute, man lernt einfache Leute kennen und kann so auch dann Dinge gut vorantreiben. Ich freue mich schon wieder sehr darauf, dass die Videokonferenzen weniger werden, ich dafür mit den Akteuren direkt in Kontakt treten kann, dann mit denen die Köpfe zusammenstecken kann, um in den Projekten gute Ideen herauszuarbeiten, auch wenn ich dafür dann mehr Fahrzeit wieder in Kauf nehmen muss.